Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Oh, die wollen doch nicht küsse. Und, direkt vorab, mittlerweile ist bei mir das Update durch. Wir könnten rein theoretisch Pinhead als Gegner bekommen, haben wir aber nicht. Was ist denn, Bubba? Moment mal, hatten wir nicht schon mal eine Runde mit Bubba auf dieser Map, wo ich Jane gespielt habe? Ich schwöre, es ist keine Wiederholung. Es ist keine Wiederholung. Bitte hören Sie. Aber das ist alles nicht gut, wie das jetzt hier angefangen hat. Hier ist auch einfach ein Mondohngenerator. Was ja die Frage ist. So, er wird jetzt wieder zum Haken gehen. Mit Jen oben. Ist wieder komplett runter. Ich dachte, er kommt hoch und ich lasse Sarina Spuren machen. und biege ab, ohne Spuren zu machen. Dass er ihr folgt. Aber das, was ich so denke und plane, muss halt auch nicht aufgehen. Okay, wenn hier oben kein Jen ist, ist unten einer, oder? Richtig lost. Was ich hier schon zehnmal an den Kinder vorbeigerannt bin. Okay, wenigstens Bill arbeitet. Nico Gott. Ja, ich glaube ja. Sind die unten? Ich glaube ja. Ja. Sie sind unten. Ich glaube ja. So, die Frage ist, Tüftler? Oder sind die weggegangen? Vielleicht hat jemand Tüftler ausgelöst. Okay, es könnte Tüftler gewesen sein, tatsächlich. Dann bekommt ihr aber jetzt auch von mir das Signal. Okay, wir haben gut aufgeholt. Drei Haken, drei Gens. Die Runde war noch nicht ganz verloren. Die waren aber nah beieinander. So. Können wir hier arbeiten? Nee. Komm, lass uns mal erschrecken. So, alle erschrocken. Die Säge hört sich mega nah an. Bin ich im Kreis gerannt? Im Kreis gerannt. Warum bin ich hier gerade so hängen geblieben? Habt ihr den Ruckler gesehen? Haben wir hier oben alle... Hier. Kannst du mein Handy weglegen? Sonst schieße ich das hier noch runter. Wie fiel gerade auf, dass ich ja... dunkle Wahrnehmung mithabe. Wenn ich ja mal gucken könnte, wo er ist. Der Borsche. Ist auf dem Hof. Kein Genocle. Aber Moment mal. Hat das gerade schon wieder Tüffler getriggert? Keine Luke. Wo war der Gen, wo wir dran waren, Leute? Nee, ich bin in die Richtung gegangen erst. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 4, 3, 2, 1, also 20, 19, 18, 17. Dann ist das ein Rang 16. Warum sind das alles Deutsche? Entschuldigung. Entschuldigung. Warum alles Deutsch? Was ist hier los? Ja. Aber wir sind rausgekommen. Ich freue mich. Endlich ein Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht kriegen wir ja in der nächsten Runde mal Pinhead. Wobei der aktuell, soweit ich weiß, noch verbuggt ist. Wir spielen ja kurz nach dem Update. Wir schauen mal. Am Tag des Updates habe ich tatsächlich 3-4 Mal gegen Pinhead gespielt. Ich verstehe ihn so langsam. Wobei es alles ein bisschen seltsam ist. Aber ich würde ihn euch natürlich auch gerne hier mal zeigen. Aber wir stecken da nicht drin. Wir müssen nehmen, was kommt. Und so, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und, ähm, danke. Tschüss. Und, ähm, danke.